Das schönste ist die Aufbauwoche, wenn man die ganzen Jungs, die man teilweise gar nicht gesehen hat, wieder sieht und dann am aufbauen ist, abends zusammensitzt, Bier trinkt und Spaß hat. Also bei uns macht es die Mischung, wir haben von der lokalen Band aus dem eigenen Dorf oder aus dem eigenen Landkreis bis hin zu nationalen Künstlern über internationale Bands alles dabei und das ist unser Konzept schon seit Jahren und das soll auch so bleiben. Die Dixis benutzen, keine Ahnung. Lieber Bier. Rassismus, Sexismus und auch Ausgrenzung jeglicher Art. Kurze Hose, T-Shirt, Sneakers. Timetable durcharbeiten, aber im Endeffekt eigentlich immer sinnlos, weil es eben anders kommt. Spontan. Musik. Vielen Dank.